Wohl viel erzählt, beschwichtigt, es wurden großen Plänen ins Auge gefasst, von Zäsuren geredet. Die erneuerbaren sollten zukünftig unsere Energieversorgung werden. Wissen Sie eigentlich, dass in Deutschland von Ihren Steuergeldern umgehört nach Bauern des brasilianischen Agrarwies in der Erinnerung haben? Ja, du willst, das steht auch für Bier, aber für die europäischen Schlussfolgerung noch einig, ob eine Sonnenbetsche standen, wenn es in der Erinnerung ist. Das ist ja super, das ist ja echt schwer. Untertitelung des ZDF, 2020